Hier können wir uns freuen, dass die Wirtschaft der Stadt auf dem Aufschwung ist. Gerade die Läden der Innenstadt sind ein Besuchermagnet, obwohl die Bars, die ihr jüngeres Publikum ansprechen, weitaus stärker gefragt sind. Kleinere Restaurants und Kantinen können mit der Konkurrenz meist nicht mithalten, was dazu geführt hat, dass einige von ihnen bereits dicht machen mussten. Große Verluste zu verzeichnen hat unter anderem auch die Bar Das Schwarze Schaf, in der im letzten halben Jahr zahlreiche Massenschlägereien exekte Todesopfer gefordert haben. Und nun zum Wetter. Was glaub ich Sie in Der Fülle auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kleiner, hast du ein... Nein, ich habe kein Problem. Überhaupt nicht. Nun hatte ich mir diesen Ort mit... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.